So, zwei Männer in der Küche. Jetzt geht's um die Zubereitung von richtig schönen und vor allem leichten sommerlichen Gerichten und sommerlichen Getränken. So ist es. Und das ratzfatz in der Küche zubereitet. Als allererstes mal braucht man aber, um solche Dinge zuzubereiten, natürlich auch einen guten Messersatz. Man will ja vorbereiten. Und genau den bieten wir Ihnen als allererstes mal an. Ein vierteiliges Tokyo Kitchenware-Set, was es wirklich in sich hat. Denn, da sehen Sie es, es ist großartig. Asiatische Messerkunst ist das, was normalerweise mit richtig, richtig viel Geld bezahlt werden muss. Das ist richtig scharf. Damit können Sie arbeiten, ohne dass Sie viel Druck aufbauen müssen. Und diese Klingen gehen wirklich durch alles. Durch wirklich aber auch alles. Egal, ob im Steak auch noch ein Knochen drin ist, der ist einfach mal durchgeschnitten. Das sind extrem scharfe Spezialstahlmesser für allerhöchsten Schneidekomfort. Und jetzt wird sie geköpft. So, Achtung, ein bisschen Platz, wenn mir nichts passiert. Zack! So, bitteschön. Das ist einfach mal ein Messer, so wie es sein soll. Das ist ein Nakiri-Hackmesser. Das ist hier im Lieferumfang in diesem Set und das kriegen Sie von uns geschenkt, liebe Zuschauer, komplett mit drin. Ein Härtegrad der Klingen wird ja immer in Rockwell angegeben. Und wir haben hier 52 Rockwell-Härtegrad. Das ist mal richtig fest. Und das ist das, was ich eben meinte. Nehmen Sie jetzt mal das normale T-Bone-Steak, den Knochen. Da verzweifelst du dran. Natürlich. Jetzt einfach, papp, mit einer Handbewegung. Und zwar so, wie Kai es Ihnen eben gezeigt hat. Ohne viel Schwung ist da hundertprozentig dann der Knochen durch. Haben Sie das gesehen? Für Fleisch, für Fisch, Wurst, Gemüse, Obst. Zum Schneiden, zum Hacken. Dieses Messer-Set ist genau das Richtige. Und jetzt verschwende nicht so viel Ananas. Ja, das machen wir noch für den Smoothie nachher. Schauen Sie sich das mal an, wie butterweich das hier durchbleibt. Ja, hat aber auch jetzt einen Schneidewahn, der Kollege hier. Unglaublich, oder? Schauen Sie sich das mal an. Wirklich scharfe Messer. Und gerade eben hier speziell zum Ananas zerkleinern, all diese Dinge. Perfekt. Und natürlich auch noch das Santoku-Messer, das Allzweckmesser, wie der Japaner sagt, dabei. Und das ist sogar so angeschliffen, dass ich unten noch so eine Antihaft-Funktion mit drin habe. Das finde ich das Schöne. Da sehen Sie es. Das geht dann einfach in welche... Die Kamera nehme ich mal. Gucken Sie mal, damit sich da nichts reflektiert. Da sehen Sie es genau. Diese kleinen Rillen sind genau dafür da, dass Sie dann einfach wirklich ganz bequem, Sie sehen es, normal durch die Gurke durchgehen können. Ohne dass zum Beispiel dann dieses... Sie kennen das noch, dieses Schüttel, 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 Schüttel. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne als Geschenk offenbaren. Würde ich mitnehmen. Wirklich mit den richtigen Messern ausgestattet sind. Denn an stumpfen Messern schneidet man sich bekanntermaßen. Aber jetzt können Sie dann genau die richtigen Messer bekommen. Da sehen Sie das Vierer-Set und zum Beispiel das Kleine. Ideal, um zum Beispiel ganz einfach die Kartoffeln mal in einer richtig großen Geschwindigkeit zu schneiden. Dann das große Hackmesser. Natürlich ideal. Und das, was beides in der Mitte liegt, sind sozusagen die asiatischen Allzweckwaffen im Küchengebrauch. Das Kleine, bitte. Das ganz Kleine, Herr Kollege. Ich würde Sie gerne anreichen, bitteschön. Jetzt ist die Mango dran. Und das bedeutet, ja, jetzt wird geschält. Und gucken Sie mal. Hier können Sie natürlich richtig koordiniert und vor allem wirklich dann obstschonend einfach schneiden. Denn eben durch diese Klingenstruktur geleitet die Klinge perfekt, aber wirklich perfekt mit wenig Druck genau dahin, wo Sie sie hinhaben wollen. Da brauchen Sie keinen Sparschäler mehr. Da brauchen Sie wirklich nur noch dieses Messer-Set. Das ist einfach mal der, ich sag mal so, Allzweck, Allzweck kleine Knabe in der Küche. Denn damit können Sie wirklich perfekt arbeiten. Wir haben jetzt einfach mal uns zwei Aufgaben gesetzt. Eigentlich wurden uns diese Aufgaben gesetzt. Und ich weiß auch genau, warum du gerade das Obst schält, weil einer von unseren Regisseuren, der mag ja unwahrscheinlich gerne Smoothies. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass jedes Mal, wenn wir beide die Küchensendung haben, dann kommt irgendwas zum Tragen, was die da in der Regie gerne hätten. Denn es ist gleich Mittagszeit bei uns hier im Studium. Das heißt, einen Kräuterquark wollten wir herstellen und einen Smoothie wollen wir machen. Und da sehen Sie es ganz einfach. Gucken Sie sich das mal an. Hier, normalerweise wäre das komplette Messer jetzt voll mit Kräutern. Einmal drüber gestrichen und es ist komplett frei. Und damit macht dann einfach das Kräuterquark herstellen innerhalb von kürzester Zeit richtig Spaß und richtig Sinn. Und wie Sie dann auch noch aus den Zutaten das Richtige herstellen können, nämlich ohne groß selber arbeiten zu müssen, sondern innerhalb von einem Fingerzeig, beziehungsweise bei jedem Gerät eigentlich nur eine Handbewegung, dann das Richtige herstellen können, haben wir auch noch für Sie. Was packen wir noch rein? Radieschen? Radieschen wäre nicht schlecht. Ich gebe Ihnen mal an, Herr Spengelmann. Das ist sehr nett. Vielen herzlichen Dank. So, gratis, also als Geschenk, als Dankeschön jetzt für Sie möglich gemacht. Und da sollten Sie jetzt wirklich zugreifen, denn statt 49,90 jetzt für 0 Euro als Geschenk ist das genau das Richtige. Das ist einfach mal Zutat Kräuterquark. Und da kann ich sicher sein, jetzt noch ein bisschen Quark und das richtige Gerät und schon kann es losgehen. Die richtigen vier Messer würden wir Ihnen jetzt gerne einfach mal schenken. Einfach so, weil wir 25 Jahre Pearl feiern. Und dafür brauchen Sie natürlich erstmal die Telefonnummer. 0180 51 51 3. Und wenn Sie sagen, das Geschenk, das hätte ich wirklich gerne, dann rufen Sie einfach an und sagen, ich hätte gerne die GRA 53 565 und die 569. Denn das ist die Bestellnummer. Jetzt haben wir natürlich für Sie das ultimative Messerset. Aber in der Küchenschublade findet man natürlich auch viele, viele Messer, die man lieb gewonnen hat, die man nicht missen möchte, an die man sich gewöhnt hat. Und dann haben wir gedacht, gut, richtig scharfe Messer sollten in jeder Küche sein. Deswegen unser Geschenk. Aber jetzt bieten wir Ihnen noch die Möglichkeit, mal eben ganz kurz Ihre bestehenden Messer in der Küche nachzuschleifen und das Ganze im Handumdrehen. Denn jetzt haben wir unseren Rosenstein und Söhne Messerschleifer für Stahlklingen. Und der hat einen Saugfuß, Sie haben es gesehen. Den Hebel umgelegt und schon, zack, hängt das gute Stück auf der Arbeitsplatte. Sie suchen sich einen Platz aus, der sauber ist. Eingerastet und fertig. Dann nehmen Sie eine Stahlklinge, ich gehe mal kurz hier in den Keller, zack, und dann einfach die Klinge einsetzen, durchziehen. Und hören Sie das? Jetzt macht genau dieses Gerät den Rest. Man hört richtig, wie es schleift, man hört richtig, wie es arbeitet. Und jetzt ersparen Sie sich das Nachschleifen, das Wegbringen, Bezahlen dafür und vor allem Warten und die Zeit, die Sie dabei verlieren. Denn das ist jetzt mit wenigen Handgriffen wieder richtig, richtig scharf. Wolfram ist das Stichwort, denn damit kann ich dann natürlich jede Art von Klinge dann innerhalb von kürzester Zeit wieder schön scharf machen. Also, wenn Sie es in der Küche einfach und scharf haben wollen, dann bestellen Sie sich unseren Messerschärfer. Kleine Info von uns, der Messerschärfer ist so begehrt bei Ihnen, dass der vor kurzem schon wieder ausverkauft war. Bei dem Preis, kein Wunder, 6,56 Euro, ist eine kleine Investition in eine große Wirkung. Und wenn man damit mal seine ganzen alten Messer mal wieder richtig auf Vordermann bringt, dann hat man tatsächlich in der Küche erstens mal eine massive Zeitersparnis. Und zweitens macht es natürlich auch wieder wesentlich mehr Spaß, denn Kräuter zum Beispiel werden nicht zerdrückt, sondern geschnitten. Und Sie sehen das immer wieder, wenn Sie auf einem klassischen Holzbrett oder auf einem Kunststoffbrett nur Kräuter schneiden. Sobald Sie sehen, dass also in dem Holzbrett Öle, Inhaltsstoffe aus den Kräutern kleben bleiben, ist das Messer stumpf, wenn es wird zerdrückt. Wir sagen, nein, definitiv. Wenn Sie mit einem sauberen, scharfen Messer arbeiten, bleibt eben, so wie was bei Carsten sieht, überhaupt nichts auf dem Schneidebrett. Denn jetzt gucken Sie sich mal genau das Brett an. Auf der einen Seite ist all das, Schnittlauch, Petersilie, all das ist klein geschnitten und gewogen worden, denn die Klinge ist scharf. Ich kann einfach im Handumdrehen da durcharbeiten. Und jetzt sehen Sie es von oben, da sehen Sie nämlich nichts. Da ist nichts grün, da ist nichts zerquetscht. Alle ätherischen Öle, alles das, was die Kräuter ausmachen und weswegen wir auch viel Geld für frische Kräuter ausgeben, bleibt uns erhalten. Und Gesundheit, Herr Kollege, mehr Obst würde bedeuten keine Erkältung und deswegen kriegst du dann auch ein Smoothie ab. So, braucht dich ja noch nächste Woche. NC 2910 und die 569 für 6,56 Euro. Ich würde es machen, ich würde zugreifen. Und jetzt haben Sie gerade gesehen, wir haben hier eine ganze Menge Reste. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich mir eigentlich schon in der Anfangszeit, als ich hier bei Pearl TV angefangen habe, sofort besorgt habe, nämlich unsere Reste-Auffangschale. Das ist das, was jetzt übrig bleibt und das stört mich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und deswegen haben wir jetzt diese Auffangschale. Die hängen Sie sich einfach an der Küchenarbeitsplatte in eine Schublade oder in eine Front ein und dann haben Sie sofort hier die Möglichkeit, erst mal schnell Ordnung auf der Arbeitsfläche zu machen. Das finde ich so toll. Und das Geniale hier dran ist, dass ich wirklich dann nur einmal zum Mülleimer muss. Sie können das ja trennen, ob das jetzt klassisch dann Obst und Gemüse ist oder ob Sie eben Fleischreste haben. Und dann kippe ich das eben ohne Tropfen, ohne Kleckerei dann in den Auffangbehälter und vor allem in den Mülleimer. Der ist so toll, der erleichtert mir jedes Mal wieder abends beim Kochen zu Hause die Arbeit in der Küche so perfekt für das Geld. 6,56 Euro bestellen Sie ihn dazu, denn das ist unser absoluter Dauerbrenner. Und da du ja noch bekanntermaßen der Papaya und der Ananas den Krieg erklärt hast, gehe ich mal rum und zeige Ihnen das mal ganz einfach. Denn die Montage ist ja völlig kinderleicht. Ganz einfach, auf jede bestehende, und ich hebe es jetzt mal bewusst hoch, zeige es Ihnen mal von der Seite, auf jede bestehende Küchenfront-Schublade ganz einfach draufzusetzen und dann wird es eingehängt. Passen Sie auch hier zum Beispiel auf die Tür, öffnen, einhängen und fertig. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich brauche es, dann nehme ich die Tür und hänge es dahin. Im Handumdrehen und somit ganz einfach zu montieren und demontieren und auch dann ganz einfach auszuleeren. Denn da muss sich nicht irgendein Halter erst treffen, sondern ich hänge es einfach nur über die Tür und fertig. Ist besonders leicht zu reinigen, denn Spülmaschinen fest und mit dem Spatel, ja, da geht das natürlich aber richtig sauber und koordiniert. Also keine Reste übrigens, Sie können natürlich jederzeit auch mal in der Auffangschale natürlich Kochutensilien lagern. Zum Beispiel Kochlöffel, die Sie aus der Soße Bolognese zum Beispiel gerade rausnehmen, damit Ihre Arbeitsplatte nicht versaut. Oder eben auch mal andere Küchenhelfer. Und das ist wirklich eine universell einsetzbare Auffangschale. Und das ist wirklich eine tolle Sache für das Geld. Ich habe es nämlich vorher so in klassischen Küchenfachgeschäften auch noch nicht gesehen. Habe ich nicht gefunden. Normalerweise lässt du inzwischen im modernen Küchen irgendwo in der Arbeitsplatte dir ein Loch einsägen. Da drunter ist dann der Mülleimer. Was meiner Meinung nach der größte Quatsch ist, denn überleg mal, was du da drunter an Stauraum verlierst. Also drei Schubladen oder einen Hochschalz. Also an die Quellerei, um den Müll nachher wieder rauszukriegen. Fürchterlich. Deswegen jetzt die NC 3444 und die 569 für 6,56 Euro. Bitte bestellen. Denn das, was hier eben im Handumdrehen möglich war, das wäre normalerweise das hier gewesen. Gucken Sie mal hin. Ich stelle das mal ganz kurz nach. Ich bringe das mal weg. Ja. Tropf, 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 tropf. Die ganze Küche wäre versaut. Und dann nachher nochmal nachwischen. Den Wischmopp noch rausholen, die ganze Küche sauber machen, dafür, dass man gekocht hat. Muss nun wirklich nicht sein. Es ist wirklich von mir aus persönlich auch eine Empfehlung, damit zu Hause einfach Ordnung ist. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Obst und Gemüse zerkleinern. Und das macht Carsten jetzt gleich. Wir wollen nämlich einen kleinen Kräutertipp machen. Und wie einfach das geht, dass das gleich alles auch noch gemischt wird, das zeigen wir Ihnen mit unserem Rosenstein und Sehne. Gemüse und Obst zerkleinerer. Und da brauche ich keine Elektrik. Da brauche ich auch nicht ganz wild zu kurbeln. Nein, das geht ähnlich wie, das erinnert mich immer wieder an so Rasenmähern, die so angerissen werden. Dieser Latschleuder von Großmutter. Oder das. Dieser Latschleuder von Großmutter ist nämlich hier genau das Element, was wir damit haben. Sie haben hier diese zwei Klingen. Die werden hier ganz bequem aufgesetzt und dann in das Gerät einfach eingedrückt. Dann wird geschlossen und dann wird gezogen. Und das finde ich das Praktische. Denn du hast hier dann einfach die Möglichkeit, die Klingen zu bewegen und dann geht es los. Zeigst du es einmal im trockenen Zustand. Denn ich mache mal hier ein bisschen den Quark fertig, dass unsere Kunden auch sehen, wie simpel das funktioniert. Draufdrücken, dann rastet es wieder ein. Zack, und dann geht es los. So, super easy. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Bei Carsten ist gleich der Kräuterquark fertig. Das ist aber auch, das ist wirklich toll. Denn du hast hier wirklich die Möglichkeit, dann natürlich den Kräuterquark in der Intensität herzustellen, wie du ihn haben möchtest. Zerkleinerung von Obst, Gemüse, Nüssen oder Kräutern geht natürlich hier ganz einfach. Und da sehen Sie es. Ja, ich mache mal ein paar rüber, warte mal. Ich finde es jetzt auch geblieben. Ja, ich mache mal ohne. Dann machen wir auch mal sehr schön, dass er das sehr schön zerteilt und zerkleinert. Denn dieser kleine Helfer, der erspart in der Küche unheimlich viel Zeit und natürlich auch eine Riesensauerei. Denn wenn ich so einfach hier einfach nur durchziehen, nachher dann wunderschön klein gehacktes machen kann, ohne dass ich hier mit dem Messer liege, liege, liege. Überleg mal, so ein schöner, frischer Kräuterquark zum Essen. Klasse. Das ist einfach mal so zwischendurch genau das Richtige, was ideal lecker ist und was einfach Spaß macht. Durch eben das Ziehen entscheiden Sie natürlich die Geschwindigkeit und auch den Zerkleinerungsgrad. Und das bedeutet, die zwei extra scharfen Stahlklingen arbeiten dann so, wie Sie es haben möchten. Mein Kollege, der ist jetzt ein bisschen auf heftiger unterwegs und der ist ein bisschen auf mehr im Kriegsfuß unterwegs. Aber es funktioniert natürlich toll, denn Sie entscheiden ja selber, mit wie viel Druck Sie arbeiten wollen. Dann habe ich das transparente Gefäß, was natürlich dann ganz einfach rausnehmbar ist und dann für die Geschirrschwimmmaschine ideal ist. Perfekt, oder? Ja, ich finde es super. So einfach geht das, um hier mal ganz schnell gehackte Kräuter, gehacktes Gemüse zu machen. Für Dips, das was wir ja gerade auch machen, eine wirklich tolle Sache. 9,41 Euro. Kompakt, klein, passt in jede Schublade, passt in jeden Hängeschrank. Erleichtert aber die Arbeit in der Küche ungemein. Und ich weiß, dass alle Hunger haben. Komm, wir machen nochmal mit Extremzeiten, zerkleinert auch nochmal ein bisschen. Willst du auch noch ein bisschen Quark haben, Herr Kollege? Oh ja, gerne. Dann können wir den Kollegen gleich zwei verschiedene Quarksorten anbieten. Also einmal mit ein bisschen groberem Gemüse und einmal mit ein bisschen feinerem Gemüse. Denn je nachdem, ob Sie natürlich das Gemüse vorher einsetzen oder später einsetzen, dann haben Sie natürlich den Unterschied. Ganz klar, Sie sehen es hier. So, und dann geht es los. So, möchtest du? Na, ich mach mal, komm, ich mach mal Smoothie. Ich weiß ja, wo der hingehört. Soll ich den mit Liebe mal machen? Ja, pass mal auf. Das ist jetzt erstmal in der Vorbereitung schon. Also so einfach geht es. 9,41 Euro nochmal. Und ich habe jetzt bloß gleich mal hier was vorbereitet, was wir jetzt gleich eben auch noch zubereiten werden. Und da kommen wir dann gleich noch zu einem tollen Mixer. Also 9,41 Euro für dieses Gerät ist toll. Und wie gesagt, alles ganz einfach in der Spülmaschine zu reinigen. Kein großer Aufwand. Und ja, ein Küchenhelfer in jeder Situation. Denn überlegen Sie mal, bevor Sie das jetzt alles wirklich klein schneiden würden. Ey, du stehst schon. Ein Radieschen. Selbst mit dem Gratismesser, Schatz, stehst du natürlich richtig lange. Du musst hacken, 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 hacken. Wirfle mal ein Radieschen. Jetzt musst du ziehen, ziehen, ziehen. Nichts mehr mit der Hand schneiden. Sondern hier ganz einfach und das eben, wie wir es Ihnen zeigen, sogar schön mit Quark drin. Und am Schluss haben Sie hier dann das perfekte Ergebnis. Das nochmal durchlaufen lassen, würden wir jetzt mit Quark vermengen. Und wie es dann jetzt eben fertig ist, es riecht aber gut. Schauen Sie mal, da, Kräuterquark. Und dann nimmst du einfach dein Brot, nimmst dein Messer, nimmst deine Gabel und schon kann es losgehen. Möchtest du? Oh, ich würde auch gerne. Du auch, Messerchen fang du an. Oh, soll ich anfangen? Ja, klar. Herr Kollege, ist mein Vor-Tesser. Mein Vor-Tester. Dein Vor-Tester. Vor-Esser. Ist das nicht schön? Mh. So, pass auf. Genau das gleiche Ergebnis möchte ich jetzt, oder Erlebnis möchte ich jetzt auch haben. Und das können Sie, entschuldigen Sie, wenn ich mit vollem Mund rede, aber das musst du voll raus, auch zu Hause haben. Denn selbstgemachter, selbstgemachter Kräuterquark, kein gekauften, ist natürlich genau das Ideale. Sie können ja alles reintun, was Sie möchten. Also, das Messer können Sie rausnehmen, diese beiden klingen und dann in die Spülmaschine tun. Das ist echt ein ganz praktischer Helfer, wenn es schnell gehen soll. NC 29, 33 und die 569. Und damit kommt der Rosenstein- und Söhne-Gemüse. So, nochmal runterschlucken. Und natürlich auch Obst, der kleinere zu Ihnen nach Hause. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema. Das finde ich ganz toll. Denn wir kommen jetzt zu einem sogenannten 2-in-1-Stand-Mixer. Hammer. Es gibt tausende von Mixern auf dem Markt, mit denen ich mixe und dann am Schluss umschütten muss. Das müssen Sie mit unserem überhaupt nicht. Denn wir haben auf diesem Standmixer die Flasche schon obendrauf mit integriert. Das bedeutet also, das, was hier oben drauf ist, das ist nichts anderes als der Trinkausguss. Sogar noch mit einem schönen Henkel dran. Und der wird im Verfahren, wenn Sie also zerkleinern, bleibt er hier oben drauf. Das geht so einfach. Ich zeige es Ihnen mal, wie schnell das geht. Sie brauchen hier nur draufzudrücken, einsetzen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Mango und Ananas hier reingetan. Und schon legt der los. Das heißt, beim Drücken nach unten, natürlich brauchen wir für einen Smoothie jetzt auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Und das mache ich. Ich möchte Ihnen bloß mal zeigen, wie einfach das geht. Ich nehme den hier raus. Unten ist jetzt hier angesetzt die Klinge. Die drehe ich auf. Da sehen Sie sie. Und dann fülle ich hier einfach das ein, was ich benötige. Und ich nehme jetzt in dem Falle mal Milch, damit das alles auch ein bisschen sämiger wird. Und dann machen wir uns einen perfekten Smoothie. Und am Schluss brauche ich nichts anderes, als den Verschluss zu tauschen. Und das Tolle ist, dass diese Flasche, jetzt ist es fest, dass diese Flasche in jeden handelsüblichen Fahrradflaschenhalter passt. Das ist toll. Denn du hast jetzt wirklich erstens die Möglichkeit, und ich weiß, dass mein Fahrradbekennender Kollege natürlich primär das Fahrrad benutzt. Aber das passt auch in jeden Getränkehalter im Auto. Und das finde ich das Schöne. Denn du nimmst es einfach mit. Du machst dir morgens einfach ein bisschen Milch mit ein bisschen Obst. Du kannst ein bisschen Zucker reintun, Rohrzucker, ein bisschen kleingeschnitte Limetten. Da ist deiner Fantasie keinerlei Grenze gesetzt. Und dann kannst du es mitnehmen. Und genau wie du sagst, entweder im Fahrrad oder, oder, oder. Ganz einfach und ganz simpel. Und dann arbeitet eben dieses Gerät. Und jetzt gucken Sie mal bitte genau hier hin. Das bisschen, was ich hier jetzt habe, das reicht, um wirklich genau ein oder zwei Gläser Smoothie zu machen. Und das ist das Schöne. Sie haben hier jetzt die Möglichkeit, sich persönlich nach Ihrem Geschmack, das ist jetzt Mango-Ananas. Und das hier wird, nochmal Gesundheit, nur Ananas. Und gucken Sie mal, so schnell geht das. Das war der Hammer, oder? Und einmal aufdrehen, fertig. Sie haben jetzt kein Umfüllen mehr, sondern es funktioniert jetzt ganz einfach. Sie nehmen hier oben den Trinkaufsatz runter, nehmen diese wunderschönen, oh, gucken Sie mal, so richtig schön sämiger, fluffiger Smoothie, nehmen hier oben übrigens auch das Spülmaschinen fest, natürlich hier das Messer wieder runter und setzen dann hier oben ganz einfach den Trinkaufsatz auf und schrauben den fest. Und schon haben Sie, ohne dass Sie nochmal extra Ihren Mixer auch noch sauber machen müssen, die komplette Flasche sofort für unterwegs. Perfekt. Und alles geht natürlich ganz einfach in die Spülmaschine, denn das ist ja nun mal nur ohne Elektrik. Und das bedeutet, einfach in die Spülmaschine tun und fertig. Darf ich mal einen schenken, Herr Kollege? Und ich würde ehrlich gesagt mal jetzt, der Geschmack, die Geschmacksexplosion würde mich jetzt mal interessieren. Das ist ein richtig schöner, leckerer Smoothie. Sie können natürlich je nachdem, wie Sie es haben wollen, ob cremiger oder ein bisschen flüssiger, jederzeit natürlich noch Milch mit, oh, der sieht aber lecker aus. Und das ist das, was ich Ihnen eben jetzt zeigen wollte. Unsere Klingen sind natürlich dann so perfekt dafür geeignet, dass sie, egal ob fluffig, wie du es gerne magst, oder... Ich bin aber auch heute ein Trottl, ehrlich. Also heute, kennen Sie so Tage, wenn die Schwerkraft gewinnt und es fällt Ihnen alles runter? Das ging heute Morgen im Hotel los. Und das zieht sich durch den ganzen Tag durch. Wir telefonierten gerade ein Uhrplatz, ich mache er weg. Weil er nicht runtergeschmissen hat. Das Smartphone hält es ja aus, Gott sei Dank. So, und das ist jetzt genau der Punkt. Jetzt gucken Sie sich bitte die Gläser an. Sie entscheiden mit diesem tollen Mixer, wie sämig, wie fluffig oder wie fruchtig es sein soll. Es gehen natürlich auch Nüsse rein. Es gehen vor allem, und das finde ich das Tolle, eben auch gefrorene Fruchtstücke rein. Das heißt, du kaufst dir einfach im Supermarkt einen großen Beutel mit gefrorenen Früchten. Nimmst du ein bisschen Milch und dann hast du einen richtig kalten und richtig großartigen Smoothie. Und das ist jetzt das, was du dann machen kannst. Und wenn du mal im Supermarkt geguckt hast, so kleinen Smoothie. Ja, ja, die Smoothie. Und wenn du den umdrehst, da ist so wenig. Inhaltsstoffe, noch und nöcher mit drin. Und das ist nicht pur. Und trotzdem zahlst du für so ein kleines Ding 1,99, 2,99 oder 3,99. Und hier jetzt für 18,91 Euro. Übrigens, Sie können auch hier jederzeit Crushed Ice mitherstellen. Also wenn Sie vielleicht abends mal einen Drink machen wollen. Das Tolle ist, dass ich dann nachher auch noch shaken kann in der Flasche. Und wie gesagt, die passt in jede Halterung. Und die ist auch richtig schön ergonomisch geformt, leicht konkav. Ich habe eben oben hier perfekt den Verschluss, damit eben auch im Auto und unterwegs nichts verkleckern kann. Und gleichzeitig eben hier auch nochmal für an den Rucksack mit dranhängen. Das ist ein Traum, weil das Ding hält richtig. Das ist bruchfester Kunststoff. Und ich werde jetzt dich ganz kurz mal alleine lassen und diese zwei Gläser wegbringen. Denn ich weiß, eine Sache durch diese Tür ist ja nur ein kurzer Weg zur Regie. Und ich hörte ja eben auf dem Ohr, oh, lecker. So, kurz alleine hin. Ich zeige Ihnen das nochmal, wie einfach das ist. Denn Sie haben ja immer die Flasche tatsächlich mit sich. Sie brauchen ja nichts mehr zu ändern. Und jetzt packe ich da einfach nochmal ein bisschen Ananas mit rein. Und dann machen wir halt nochmal ein bisschen was drauf. Genial ist, dass ich hier nichts mehr reinigen muss nachher, sondern alles das, bis auf den letzten Rest, was ich mir frisch zubereite, nehme ich auch gleich mit. Ganz einfach hier dann eben unsere Messer oben draufsetzen, festschrauben, draufsetzen und schon geht's los. Ich kann Ihnen noch eine Sache sagen. Ich war ja eben ganz kurz nebenan. Und jetzt sitzt der junge Mann und hat garantiert die nächsten 20, 30 Sekunden nichts uns aufs Ohr zu sagen. Weil der eine hängt am Strohhalm und der andere ebenfalls. Deswegen gibt es auch jetzt nur uns beide so ohne Schnitt aufs Produkt. Unser Herr Regisseur ist nämlich bekennender Smoothie-Fan. Und da haben wir gesagt, klar, dann kriegt er auch einen. Und jetzt genießt er ihn. Jetzt haben wir gearbeitet und jetzt wollen wir uns sagen, ja, guck mal, mir ist eben was runtergefallen. So, jetzt muss man sich natürlich die Hände waschen. So, wie denn? Also ich habe jetzt, ja, Mango und Ananas an den Fingern. Klebt, schön. Jetzt nehme ich die Seife in die Hand. Ganz ehrlich, die Seife wird dann immer natürlich speckig, dreckig und allen Bakterien und allen, was wir auf den Händen haben, ja, dann gleich ausgesetzt. Denn du hast einfach das Problem, du fäst sie an und du legst sie dann nachher wieder hin. Und es bleibt auf der Seife haften. Deswegen haben wir jetzt gedacht, wir würden Ihnen jetzt gerne einen unserer absoluten Top-Seller anbieten zu einem absolut einzigartigen Preis, nämlich für 9,41 Euro. Unseren automatischen Seifenspender. So, und jetzt passen Sie mal auf. Also keine verschmierten Seifenstücke mehr, die irgendwo eklig aussehen. In der Gästetoilette oder auch klassisch in der Küche und im Bad oder eben einfach auch mal zur Desinfektion oder für klassische Waschlotion oder einfach auch mal für Körpercreme. Jetzt passen Sie mal auf, jetzt gehe ich hier mit der Hand runter und dann gibt er mir genauso viel Seife und zwar berührungslos raus. Und er tropft nicht nach. Pass mal auf, jetzt nochmal hinhalten. Jetzt haben wir die Hand, ja, sehen Sie, er tropft nicht nach. Und das bedeutet, das Badezimmer bleibt sauber, die Arbeitsplatte bleibt sauber. Egal, wo Sie es hinstellen, es ist einfach genau das richtige Gerät, um hier wirklich hygienisch arbeiten zu können. Und ja, Wasserhahn kennen wir, Papp, An, so wie den hier, mit dem Ellenbogen, das geht ja noch. Aber wie kriege ich jetzt die Seife? Jetzt eben mit diesem automatischen Seifenspender. Dieser automatische Seifenspender mit Bewegungssensor, mit 400 Milliliter Füllmenge, ist jetzt für Sie im Rahmen unserer Sendung für 9,41 Euro möglich. Und das finde ich einfach mal einen traumhaften Preis. Denn das ist Luxus, das sieht auch in jedem Badezimmer gut aus, das sieht aber auch in jeder Küche gut aus. Und da sollten Sie jetzt wirklich zugreifen, denn das war sehr lange ausverkauft. Ja. Dann haben wir jetzt eine neue große Lieferung bekommen und haben gesagt, gut, egal ob jetzt im Badezimmer, egal oder in der Werkstatt, das ist einfach genau das richtige Gerät. Und zum Beispiel für diese kleinen Steppkes ist das dann die richtige Lösung. Denn das, was da gerade noch der letzte Bissen im Aufstehen schon genossen wird, Nutella. Nutella im Badezimmer ist ein Albtraum. Denn Schokolade finde ich überall. Jetzt gucken Sie, zack, Wasserhahn an und dann kann es losgehen. Das Ganze für 9,41 Euro. Vier rutschhemmende Füße sind drunter. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt, egal ob mit Duschgel, Desinfektionsmittel oder Seifenlotion gefüllt, das ist jetzt genau das Richtige, um Ihnen das Gefühl zu geben und dass Sie immer wissen, ich weiß erstens genau, wie viel drin ist, denn man sieht es. Und zweitens kann ich dann auf diese ekligen, versifften Seifenblöcke, egal wie schön sie mal war, verzichten. So, und jetzt kommt noch ein tolles zum Schluss. Wenn Sie an Ihrem Auto gerne rumbasteln, sind die Hände meistens ölig. Es gibt auch spezielle Emulsionen, wo Öl gut runtergeht. Und dann mache ich eben auch nichts mehr dreckig. So, und zum Schluss noch ein kleines Geschenk für Sie. Das Zweite in dieser Sendung. Denn das ist auch wieder ein Gratisartikel und damit kriegen Sie eben Ihre Milch für den Kaffee Latte, für den Latte Macchiato perfekt aufgeschäumt. Und zwar nicht so, wie die normalerweise überall zu kriegen sind, sondern als richtiges Design-Highlight. Der gefällt mir selber unglaublich gut. Der ist nämlich aus richtig robustem Edelstahl gemacht. So ein kleiner Stab-Milchaufschäumer. Und das ist wirklich mal eine ganz tolle Lösung. Vergessen Sie das, was Sie normalerweise bezahlen müssen, damit Ihnen ein Barista, so heißen diese Kaffee-Experten, eben perfekt den Milchschaum auf Ihren Kaffee, auf Ihren Kaffee-Latte, auf Ihren Cappuccino zaubert. Sondern das können Sie jetzt zu Hause im Handumdrehen mit einer Daumenbewegung auch. Da brauchen Sie keine professionelle, sündhaft teure Kaffeemaschine, die Ihnen dann ja mit Druck die Milch aufschäumt, sondern Sie nehmen wirklich unser Geschenk und sind dann auf der richtig sicheren Seite. Und können, gucken Sie mal, so schnell wird die Milch aufgeschäumt. Einfach die erwärmte Milch im Kännchen und schon, pop, habe ich Milchschaum. Dann mit einem Löffel abfischen, drauf machen und fertig. Es ist vor allem einfach zu reinigen, denn das, was Kai jetzt gerade mir hingelegt hat, einfach unter Wasser anhalten mit ein bisschen Spülmittel und schon ist es fertig. Das geht so simpel. Und jetzt gucken Sie mal hin. Ich finde das so lieb von dir. Du hast mir einen Smoothie gemacht, so wie ich ihn mag, sehr fruchtig, sehr fluffig. Du hast mir einen Kaffee gemacht. So, jetzt mache ich dir sogar noch mal ein bisschen Schaum nach, damit das auch richtig schick aussieht. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen weniger Milch drin. Einfach nur unseren Aufschäumer reinholten. Das funktioniert so easy. Ich zeige es Ihnen noch mal. So ganz leicht an der Oberfläche halten. Der wirbelt nämlich Luft unter die Milch. Jetzt schauen Sie sich mal, an welcher Geschwindigkeit hier perfekter Milchschaum entsteht. Ich mache mal aus. Schauen Sie mal, schon fertig. Es gibt viele Milchaufschäumer. Da kann man das auch eine halbe, dreiviertel Stunde lang machen und da kommt dann trotzdem kein Schaum raus. Hier haben Sie in kürzester Zeit das absolut perfekte Ergebnis. Und ganz ehrlich, so ein richtig schicker Kaffee, so ein Kaffee Latte, also ein Milchkaffee mit ordentlich Schaum oben drauf. Das sieht einfach 10.000 Mal schicker aus als so ein normaler Kaffee. So, jetzt gucken Sie gleich mal hin. So muss das aussehen. Wir hatten die passende Gerätschaft, um den Smoothie am Morgen zu bereiten. Und wir können dann auch noch Ihnen jetzt als Geschenk obendrauf die Möglichkeit geben, sich so einen schönen Kaffee zuzubereiten. Das Ganze zusammen jetzt mit eben dem Smoothie sieht für mich aus wie Frühstück in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und das sollten Sie sich jetzt einfach mal gönnen, denn unsere kleine Wundermaschine, unser Zerkleinerer zum Beispiel, der ist schon mal der Hammer. Alles war jetzt wirklich großartig und vor allem ist jetzt alles zu einem großartigen Preis für Sie möglich. Der Milchkaffee hat natürlich auch eine Bestellnummer, die GRA 53 638 und die 569. Und das alles bekommen Sie unter www.pearl.tv oder 0180 51 51 3 mal die 2. Das ist wie lecker der ist. Also klar, das müssen Sie ausprobieren mit unserem Mixer. Mua . .